ok leute wir gucken uns erst mal schön fandet von mir an aber damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren folge letztlich auf grenzen mit mir dem torsten und ich glaube das ist doch ein bisschen laut macht das mal ein kleines stück leiser glaube ich glaube so also passt das wir checken das mal so passt das also erst mal unten mit dem king gefahren und ich hatte tatsächlich mal ein plan ich habe sonst nie pläne oder eher selten aber ich habe hier tatsächlich mal ein plan auf diese base gehabt und mit drachen mein helden also ziel war es erstmal dass der king so ein bisschen unten runter rennt dass meine queen hier oben bleibt und das ist dass ich dann mit meinem neuen helden vor allen dingen es bis zur luftabwehr dort schaffe also die queen muss erst mal beschuss bekommen denn der neue held da muss man sich auch erst also ich auch erst ein bisschen dran gewöhnen geht ja erst mal auf verteidigung und da sollte in jedem fall die luftabwehr da fallen das ist mir auch noch gelungen ich sehe jetzt eigentlich auch erst die zündung denn da war ich schon auf dem tablet links oben in der ecke auf 12 uhr nämlich am gange und habe unten gar nicht mehr gesehen was macht eigentlich mein helter meine queen ist jetzt noch zündbar und außen jetzt gegen den gegen den gegen dieses schleuder ding da schleuder katapult so heißt es so ein bisschen gegen gefahren dass ich meine drachen hier in der base behalten allerdings war es gar nicht mal so schlimm dass die so ein bisschen mit außen außen lang ging die feger standen mir natürlich absolut top zur seite denn ich hatte jetzt kein feger gegen gegen mich also jetzt entgegengesetzt meiner ganzen drachen habe jetzt ich habe ein gift dabei gehabt für eine für so eine böse hexe ich glaube der war doch der war doch der war doch ganz gut ich sehe den angriff jetzt auch das erste mal im nachgang und hier unten musste ich natürlich noch mal richtig heftig alles geben also noch mal frost noch mal wuten worten gezündet dann kommen da die ganzen skellys raus die meine truppen da also vor allen dingen die drachen auch sehr sehr gerne ablenken aber sage ich noch gut aus in der mitte fällt der adler das max drache hier in der mitte da fällt der adler die luftabwehr fällt jetzt nicht das war jetzt nur das war auch erst mal gar nicht gar nicht mal so schlimm und war ja war das naja dass das war auch kein flash hit hier auf die base aber ich hatte halten plan und so wollte ich sie machen aber ihr habt ja jetzt schon im thumbnail eigentlich gesehen was daraus wurde und ich bin ich muss gestehen ich habe mir auch eben erst die tränen aus dem gewicht aus außen gewischt aus dem gesicht raus gewischt denn wir haben hier im discord so gelacht über unsere ganzen angriffe hier das könnt ihr euch nicht vorstellen ich habe echt am boden gelegen und habe mit dem kopf auf den tisch geknallt ich konnte es wirklich nicht glauben vor allen dingen auch bei meinem zweiten angriff nicht ich konnte ich konnte es nicht glauben der auch der zweite war gar nicht mal so gut aber war eine kopie von einem anderen angriff mit etwas anderen truppen und ja noch so ein bogenschützenturm gerade geworden mit seiner range hätte den locker schaffen können aber nein es sind 99 prozent und erbster gesehen vier mal haben wir das vier mal wir haben es geschafft vier mal hier 99 prozent zu holen auf einige bases und ich muss mal eben schauen aber ihr habt ja schon gesehen wir haben gut gewonnen ich muss aber ich muss aber dazu sagen rathaus 13 ist schon so eine sache für sich denn es putzeln doch erstmal jetzt viele dreier muss man sagen gerade wo viele leute ihre die defensive noch nicht so hart ausgebaut haben ich muss mal eben gucken wer hier noch die 99 gemacht hat akuma unser lieber sorscher mit seinem ersten angriff mit spam truppen und ich zeige ganz ganz bewusst heute mal nur die 99 damit ihr wenigstens nicht den fehler macht und macht das nach macht das nicht nach macht die 100 prozent bringt irgendwie mehr mck aber egal der gegner hat gut vorgelegt und auch hat auch noch noch die schwächen der bases teilweise natürlich ausgenutzt unter umständen noch keine max luft abwehren den scattershot teilweise noch nicht also den ich kann mich immer nur an englische begriffe irgendwie gewöhnen also den das schleuder katapult teilweise noch nicht in den bases gehabt und 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 das hat auch der gegner gut ausgenutzt kann man nicht anders sagen und wir haben auch schon ganz schön wieder scheiße geschrien hier während der ck so nach dem motto boah jetzt kommen die schon wieder mit drachen und und betz bell und und wie spät die dann den betz bell setzen konnten also wir waren hier ein bisschen außer uns und aber schön gemacht hier auch mit den erdbeben zaubern und den eis golems geht das sehr sehr gut hier rein max bowler sehe ich da und auch natürlich max hexen die helden hat er sich ja doch die die haben glaube ich einen trank genommen denn einige von uns haben natürlich noch keine max helden meine queen wird jetzt glaube ich in einem tag wie sie max ihr habt das ja vielleicht im live stream am samstag mitbekommen da habe ich sie zumindest schon mal auf 69 gebracht und will die jetzt erst mal fertig machen das heißt also die 70 sollen erstmal beide bei der queen stehen dann muss ich da nicht mehr dran denken weißt du so du musst noch die queen leveln oder sowas und deswegen glaube ich war es an der stelle ganz gut aber ihr seht das hier ausgerechnet der x bogen der x bogen bleibt stehen am rathaus der dem wollte keiner machen auch witzig muss ich sagen und wie gesagt wir haben ja auch wirklich gelegen und ich habe auch tränen geheult es war halt so ein bisschen es war eigentlich vor der live stream zeit wo wir die ganzen sachen hier gemacht haben aber ich bin dann trotzdem nicht live gekommen am sonntag denn ich muss mich auch immer ein bisschen entscheiden leute aber es war für mich ein langer tag wir waren seit mittags halb zwei weg sind dann eher spät wieder gekommen der tag war kalt und windig windig vor allen dingen war hier und irgendwo habe ich dann gedacht ja jetzt muss ich entscheiden massen stream kommt montags kein video hast du kein video hast du ein stream auf twitch aber ich mag dann doch lieber glaube ich ich habe dann auch vielen getippt leute ich nehme lieber noch und lieber noch ein bisschen auf als dass ich jetzt heute abend noch mal noch mal live komme ich glaube das ist jetzt nicht ganz so schlimm denke ich mal dass ich das dann nicht gemacht habe ihr seht ja jetzt auf jeden fall das was wir da das was wir dann eigentlich erlebt hätten nämlich schöne 99 prozent mein mann mann alter falter also wir waren hier ja wir waren gut wir waren gut zufrieden klar wir hatten jetzt im vorherigen klarkrieg also der der davor war da hat da hatten wir auch schon aber haben wir ganz gut lack bekommen und auch natürlich an den noch nicht max bases bei uns einige bauen ihre bases gar nicht erst um oder bauen plötzlich eine base die mit irgendwelchen farmtruppen dreierst und 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 ich habe auch noch keine neue base und auch meine base ist wieder gedreiert worden ja da muss ich da muss ich einfach mal ran aber ich habe mich jetzt auch noch nicht wirklich auf die suche begeben um mal zu gucken wer hat denn eigentlich coole bases oder verbaut coole bases und wer kann ein bisschen was kopieren vielleicht kopiert man sich auch eine gegner base die man jetzt nicht geschafft hat mehrmals und erst mal aber ich glaube meine hält auch wirklich nicht mehr gut ich muss sie ich muss sie wirklich dringend tauschen die ist echt ich habe schon mal gesagt sehr anfällig gegen e-drachen dieses mal ist mit drachen gelegt worden also ich habe auch noch keine max luftabwehr das will ich aber abhilfe schaffen in jedem fall und mache neben den inferno türmen lasse ich jetzt auch schon mal die eine oder andere luftabwehr glaube ich laufen ja das kann jetzt kein dauerzustand sein dass das dass wir hier mal gedreiert werden und wir nichts dagegen tun müssen also ein bisschen was müssen wir dann dagegen tun was hat der juli hier getan mit slammer gegen den feger hier und gegen eine echt tief stehende queen aber er hat obwohl die queen ist ist eigentlich gut postiert denn die ist dazwischen so viele defensiven gebäuden das heißt also irgendwie erwischt dort erwischt es dort der flächenschaden nämlich vor allen dingen jetzt dort am am feger aber immer noch ein feger gegen sich und ich hätte fast gesagt hätte der fahrradkette der feger dann schon weg gewesen wäre oder man hätte da vielleicht mal ein fries drauf gebracht keine ahnung ist immer schwierig zu sagen der neue held ist auch in der defensive echt nicht schlecht und holt auch einen einen lohn nach dem nächsten raus aber gegnerische oder jetzt der held von juli holt hier endlich den helden der defensive auf der ist auch sehr sehr gut wenn er gut platziert das habe ich jetzt auch mal ein bisschen gesehen ich mag den neuen helden muss ich sagen gefällt mir wirklich sehr gut er kann wirklich ganz ganz spezielle gebäude vor allen dingen beim funneln oder auch im back end jetzt hier hat er jetzt die loons unterstützt beim weg machen der defensive denn die gehen ja erstmal auf defensive also ich glaube er ist ganz gut bei den truppen die erstmal nur auf defensive gehen also loons hockrider ich glaube wenn man dort den neuen helden mit mitschickt oder man benutzt ihn halt so wie ich es eben gemacht habe zum funneln dann kann man schon eine ganz ganz eine ganze menge gewinnen und ich meine ich selber mit zwei mal 99 ich bin nicht so der gute angreifer und man kann ja jetzt auch kann man kann man da noch von sprechen das sind alles dips ich glaube nicht denn die erste base ich ihm angegriffen hatte die hatte immerhin schon die beiden neuen defensiven gebäude aber den rest halt noch nicht hoch vielleicht eine luftabwehr schon mal ein bisschen höher aber halt den rest nicht und wir gucken uns auch mal den zweiten 99er von mir an der war irgendwo was habe ich eigentlich gemacht ja ich habe doch meinen zweiten angriff jetzt gefunden ich muss tatsächlich noch mal suchen aber egal also hier auch auf die 19 die base haben wir eben schon mal gesehen mit spammtruppen ich habe gedacht der spammste auch mal was ich nicht bedacht habe dass ich ein elektromagier nicht elektromagier ein eismagier dabei habe denn natürlich erstmal nur zum bogenschützenturm läuft okay der sollte eigentlich da außen das lager weg machen ist aber nicht so schlimm also auch hier ich will nicht ganz sagen gespammen aber mit vier eis golems und auch mit karre jetzt als unterstützung sollte es hier eigentlich in die base gehen ich habe aber gar nicht so viele truppen dabei gehabt da das habe ich gar nicht so so gesehen und panel ist aber gar nicht mal so schlecht also ich habe schon mal schlechtere fahren als glaube ich gesehen und es geht auf jeden fall jetzt mit den truppen hier in die base ich wollte meine karre unbedingt noch die zweite mauer da schaffen lassen das packt sie auch wunderbar mache ich hier jetzt das loch auf schon mal also das mache kein fass auf das erste loch auf und ich hatte selber in der klaren burg drin jetzt müsste jetzt ist die klaren gleich gleich geschichte ich selber dort hatte drin ein golem und ein eis golem ein golem ein eis golem denn der golem sollte hier schön schön durchtanken hier für meine yetis und ich habe jetzt auch endlich mal die machtränke nicht vergessen auch für also für die helden ich habe dann auch innerhalb relativ kurzer zeit angegriffen damit ich ihnen in der einen stunde dann auch beide angriffe machen um halt die tränke optimal zu nutzen solltet ihr auch machen außer ihr habt jetzt ohne ende welche da aber worden zündung auch unheimlich da kannst du die worden zündung unheimlich spät machen lassen oder überhaupt machen und ich habe auch meine helden glaube ich selber gezündet ich habe keine self zündung genutzt oder so lange jetzt gewartet bis meine helden drauf gehen aber ich habe hier gedacht auch guck mal so die mitte ist schon ganz gut entkehrend habe ich so gedacht habe ich gedacht sie gar nicht mal so schlecht aus allerdings sind die yetis da unten so langsam die yetis sind hier unten jetzt so langsam und hier haben wir schon hier haben also hier fing ich dann an auch im disco zu reden leute eine minute das ist wenig und das problem ist ich weiß nicht ob ihr das bestätigen könnt die körbe von den yetis sind irgendwann mal leer kann das sein kann das sein dass die irgendwie mal irgendwann mal leer sind das problem ist jetzt kommen sie nämlich nicht mehr raus um hier weiter schaden zu machen denn die kleinen yetis kommen nur raus wenn die hier schaden bekommen das werde jetzt ganz ganz gut sehen denn ich glaube hier die laufen jetzt gleich eine bombe rein und dann hüpft er doch noch mal wieder so ein kleiner yeti da in so eine ganz kleine bombe zack und da auch riesenbombe und dann wird ja so ein ganz kleiner richtung defense ganz niedlich aber mehr ist dann halt nicht mehr ist dann halt an der stelle nicht und ich habe dann hier schon hier schon so ein bisschen jubelschreie gehabt so alter das wird was der wort mit seiner aura da kommt ja jetzt erstmal nichts ran aber queenie mach es mach es und dann habe ich gedacht und genau an der stelle habe ich ihm habe ich wurde ja auch mal ein bisschen lauter des gott und habe ich habe ich habe eigentlich erst den worten immer hoch gelobt weiß alter der worten der reist im moment so viele in den dörfern und aber hier habe ich gedacht worden was was und warum machst du das eigentlich ich meine der worten ist eine unterstützungstruppe und außen ging leider noch ein bisschen was auf die anderen gebäude drauf denn der inferno schießt jetzt auf den worten und ich habe hier echt geschrien und habe und habe gedacht worden schießt doch auf den scheiß tesla der schießt dich gerade an mann geht er trotzdem erst auf saga und wie gesagt auch das hier wird ein time fail also auch hier haben wir die 99 prozent in und auch wieder nur ein gebäude ist war wirklich immer ein bisschen verflucht viermal 99 hier in in so einem klaren krieg und wenn du dann schon angreifst weil der weiß dass wir wussten zu dem zeitpunkt schon dass wir gewonnen haben und dann kannst du natürlich auch mal 99 vielleicht doch noch mal versuchen auf drei sterne zu bringen hier haben wir noch mal die drachen also nicht nur der gegner benutzen natürlich wir benutzen sie natürlich auch allerdings haben wir auch muss ich fairerweise sagen immer noch unsere ich nenne sie mal anderen taktiken oder oldschool taktiken mit dem boot das heißt wir haben in diesem klark auch die meiner benutzen wir haben auch auch gerade benutzt wir haben schöne lalus gehabt mit queen charge green walk und so weiter nur tat tatsächlich viele dreier fielen dann doch echt mit luftruppen ob das jetzt elektro drachen sind oder ob das die drachen sind aber ihr seht wie wie viel der elektro drache hier mit mit den luch schon schon alleine jetzt raus das ist echt enorm das ist der hammer den feger hier jetzt auch noch und geht jetzt schon mal richtung adler obwohl da echt viel die fans drauf ist aber es ist halt noch hat das für die fans außer der adler und der pfanne war schon mal sehr sehr gut jetzt hat er natürlich außen noch so ein paar gebäude stehen lassen und hat auch keine clean-up truppen mehr mit also hat jetzt echt hier unten alles reingespampt gegen die base hier gegen das rathaus ich weiß nicht ich habe so ein bisschen dass das gefühl ich bin ganz ehrlich vor dem rathaus 13 habe ich nicht so angst wie vor rathaus 12 ich weiß nicht der inferno die in der inferno strahl solange wie das rathaus obwohl da war der fries effekt ist da solange wie das wie das rathaus nur nur den inferno strahl hat glaube ich ist das alles nicht so schlimm ich fand ihn ich fand den giga tesla immer schrecklicher ich fand den wirklich schrecklicher ich habe nicht so viel respekt vor dem rathaus 13 wie vor rathaus 12 muss ich mal so sagen also ich weiß nicht wie euer gefühl so ist aber so ein bisschen ist so ein rathaus 13 solange es halt keine ausbau stufe 3 hat für mich jetzt noch nicht so der heilsbringer was defensiver angeht aber auch hier mit mit king der was macht eigentlich der king acht er geht mit seinen scherken nach ganz außen okay aber auch hier mussten jetzt die drachen einmal ganz rum ist aber nicht so schlimm hier ist jetzt kaum noch die fans und ihr seht diese masse an drachen also wer damit so ein bisschen spielen kann und wer vielleicht noch ein bisschen glück hat der nutzt sie oder sollte sie nutzen auch auf anderen rathaus stufen sind die drachen immer noch gut das ist jetzt nicht nur auf rathaus level 13 hier sondern auch auf anderen stufen sind die echt stark wenn die bases noch dazu passen dann kann man die in ziemlich vielen ich würde fast sagen ab rathaus stufe 8 kannst du die kannst die drachen gut benutzen allerdings musst du dann auch schon recht guter angreifer sein oder muss schon wissen wie hole ich jetzt was raus damit ich die gut in die base reinkriege aber ich glaube der martin hat das hier gut gemacht also glückwunsch erstmal sms aber auch glückwunsch an den clan donate nl auch champion 1 clan echt cool gekämpft und so viele dreier hier ich glaube so viele dreier von vielen bei uns früher nie sieben auf der gegnerischen seite und zehn stück auf unserer seite das war nicht immer so leute da hat sich schon einiges getan ich denke aber mal wenn erst mal die defensive ein bisschen besser ausgebaut ist und auch die fallen angepasst wurden und auch irgendwo die sprung fallen angepasst werden werden also nicht angepasst sondern ein bisschen anders positioniert werden in den bases dann wird das sicherlich ein bisschen anders sein und dann werden wir wieder so ein bisschen es sicherlich etwas schwieriger haben hier etwas zu reißen aber ich glaube ich kann mich noch nicht ganz entscheiden könnt ihr mir mal unten reinschreiben ob jetzt luftabwehren und magiertürme vielleicht die sinnvollsten gebäude sind aber sie laufen auch wirklich so lange und ihr seht das hier mit zwölf tagen 19 stunden das ist noch pass alles das ist alles noch pass also normal laufen sie länger und sind auch nicht ganz so teuer oder sind teurer so muss ich sagen und das schon echten wurzeln sonntag ich habe ich habe jetzt keine tränke mehr um irgendetwas zu verschnellern ich könnte natürlich jetzt hier im shop im shop zu schlagen ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist hier immer so ein paar bilder polen zu nehmen ich sag mal so immer fünf stück einzuwerfen oder so weiß ich nicht ich meine ich hänge es auch mein 2000 medaillen hier noch rum aber in einen tag bekommen wir hier die die dinger wieder frei da brauche ich den hammer auf spells dem bräuchte nicht mehr aber building fighting und heroes kann ich mir gut vorstellen dass ich das noch wieder nehme und vor allem den den helden hammer ihnen 23 stunden also in der nächsten folge von meinem rathaus 13 werdet ihr in jedem fall hier wo ist da eine max queen sehen gar keine frage aber wir wollen in dieser woche erstmal ein bisschen auch mit den kleineren rathäusern weitermachen bei mir hat sich auch ein bisschen was getan die die im live stream dabei waren haben den den online prank ja schon mitbekommen aber lasst euch da einfach überraschen was noch auf euch zukommt und ich hoffe die folge hat euch gefallen sie ist jetzt ein bisschen länger geworden also schon fast ein viertel live stream ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lassen wir einfach jetzt ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen dann verpasst ja auch kein video mehr von mir und ich wünsche euch einen schönen schönen wochenstart euer toto fest